Franz Seraf Stirnbrandt war ein deutscher Portraitmaler. Leben Als kroatisches Soldatenkind geboren, wuchs er im Hause seines Pflegevaters auf dem Rennamtmann J. H. Babt, Röser in Zellhof bei Linz. Er nahm ihn ins ersten Mal Unterricht beim württembergischen Maler Philipp Friedrich von Hetsch. 1805 wurde er Lehrling bei einem Zimmermaler in Linz. Hier konnte er eine Sonntagszeichenschule besuchen. Stirnbrandt war auch Schüler von Anton Hitzenthaler. Nach verschiedenen Stationen, wie Frankfurt am Main, kam er nach Stuttgart. Als Portraitmaler erwarb er dabei so viel, dass er 1816 eine Reise in seine österreichische Heimat machen konnte. Unterwegs malte er, blieb einen Winter in Linz und ließ sich nach vorübergehendem Aufenthalt in Karlsruhe erneut in Stuttgart nieder. Hier fand er jetzt in Wilhelmine, der Gemahlin von Wilhelm Friedrich Philipp von Württemberg, eine treue Gönnerin. Auch deren Söhne, zum einen Graf Alexander, zum anderen Dichter und Graf Wilhelm, der spätere Herzog von Urach, sowie ihr Schwiegersinn. Graf Wilhelm von Taubenheim beährten ihn zeitlebens mit ihrer Freundschaft und mit Aufträgen. Als Portraitist erhielt er zahlreiche Aufträge aus dem königlichen Haus, wo er auch König Wilhelm I. häufig verewigte. Auch aus Adelsfamilien, aus Theaterkreisen und der höheren Beamtenschaft erhielt er Aufträge. Namensfindung Franz Seraf erhielt seinen Nachnamen von einer Brandwunde auf seiner Stirn, die er sich als Knabe im Hause seines Pflegevaters in Zellhof bei Linz zuzog.